Let's Crank Ne, ich will nur ne Fash Also was ist denn da los, hä? Warte mal, Zivir Ah ja, Jasomite, Korkytop, Kragas Jungle Philistik Zivir, Botlin Seid ready für die WM9 Performance auf Deutsch Ich nicht Ich hab Angst Ich hab Angst runter zu rennen So, wie Also E als erstes, dann Q Und dann drei Punkte E und dann Q-Max Okay Komm, 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 komm Komm, 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 komm Komm, 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 komm Komm, 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 komm Okay, okay Okay, der Pro Flayer Ah, ich glaub, Mordekaiser Thresh Button Ist gar nicht so schlecht Oder Kannst du mal in die andere Richtung gehen? WTF? Okay, okay Auf Bl второй Okay ok das sind alle sums raus jetzt so ein paar punkte in e hatte er ab nicht oder der easy rauskommen können ich glaube der easy rauskommen können der top ist ein bisschen dumm die facken so ab ich kann mich gar nicht auf meine lenke konzentrieren weil ich die ganze in den chat schauen muss wir müssen einfach um botland spielen und die botzeit control bekommen habe wenn wir halt kein jungler da haben dann droppen wir die halt die ganze zeit das hat auch nicht gut und jetzt eigentlich schon hier contesten oder die mobile legende auf ok 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 komm mal runter jetzt also rom kann ich glaube ich nicht muss botland gehen weil die rennen jetzt hier ankommen die wave rein pushen dann den model kreis unter dem tower poken und ich habe auch keine fünfe boots ich glaube nächsten das kann ich top oder mittel das kann sein dass wir jetzt gedacht werden aber ja mann ich stehe 303 ähm gragas flash 15 ich glaube das kann er gewinnen weiterhin doch ja jetzt ist er tot weil jetzt seine wie wieder ab ist ich wusste nicht dass es geht das war ja so krass gut so den können wir können und wir kriegen nochmals zwei kills auf botland oder was das ist ja so du sie mann das ist du sie hat der flash na gut das game sieht relativ gewonnen aus das nächste platin kann ich im solo gehen und dann für die post geben ich habe vielleicht den rosten bekommen ok ich bin tot ich glaube das gewinnen wir alles ist allpland allpland wunderbar so den tower und den ring leider haben wir die platz nicht mehr bekommen das ist ja das hat den ring das komische ist wenn ich eine andere rolle spiele ich benutze normalerweise sind wir die fpf keys also f1 für für mich f2 für jungler f3 für mid laner f4 für ad carry und so weiter und f5 für support aber jetzt weil ich support bin weil ich hier unten bin ist f1 bin ich und dann f2 ist einfach mein top laner das ist nicht toll und dann haben wir ja wenn er jetzt zurück der stadt mache ich die hook des jahres das war die hook des jahrzehnts das war die hook des jahrzehnts komm den kriegen wir oder das war die das war die kassel botlen ziemlich gut muss ich sagen so die leute gehen jetzt redemption machen wir das auch mal ja ok das tut noch nicht ist noch aus bruder ich muss das siegs auf dem packen oh hockers damn den hätten wir killen müssen als ob wir das nicht gecheckt haben dass er der recall ah ja die plus 10 sind im back die plus 10 ok saasie ok 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 da ist der assist no als ob die hook mich getroffen hat konas wow nice upcar bruder GG nice stay here stay here Untertitelung des ZDF, 2020